Liebe Damen und Herren, ich freue mich auf den Islam, auf Jesu Christus, auf den Jüdischen befreundet. Die Jesu Christus ist auch mein Prophet, ich bin Mohammed Amir. Die Jesu Christus läuft in der Saal, in der draußen mit einer Jüdischen sofort, sie haben drei Brötchen. Die Jesu Christus geht zum Wasser nehmen, sehr sehr zu arbeiten. Die Jesu ist einer von Jesu, einer von selbst. Und dann, dass es um Jesu Christus trägt durch eine destroys. ich schätze das. Ich schätze vom Faktor wieder Werden und ich umwärtslich wurden beklopft. Ich gehe weiter. Dein Sester und Drittes. Sie kommen an den Steinbruch, Steine. Ich frage Werden, der den Städten im den Städten. Werden, der Städte, der wir graben, der wir herausfordern ist. der Schittainer Brot kommt, ja, drei Beine, drei Brote, dann, ich habe gesagt, okay, okay, dann kommt es mal Räume, die werden drei Städte räumen mit den drei Leuten, deswegen, die jene ist, wir können jede eine drei Leute teilen, okay, die geht nach Stadt, ich hole eine Zahl, eine Beka für den Grottsuch und wir können Brot essen, ich hole ein Brot, ja, 14, der sagt, ich kann Vergift machen und bekämpfen und bekämpfen. Sie gibt es immer Vergift, die Töten sind diejenigen getöteten Räume und die Räume essen die Böden und die Vergiftung sterben. Drei Gottmänner einfach steigen, ich sage es nicht. Der Welt ist einfach wie ein Königsfrau einer Fotze.